Mit 14 war er der jüngste des weltberühmten Schwarzmeer-Kosakenchores. Elf seiner Scheiben haben sich vergoldet und vergoldet wurden auch viele der Titel, die er für Kollegen schrieb. So zum Beispiel den Mega-Starter-Hit von Peter Maffay. Er schrieb Du, also er, unser nächster Interpret. Er schrieb auch Der Junge mit der Mundharmonika, Der kleine Prinz. Sie wissen, zu wem diese Hits gehören. Na klar, zu Bernd Klüver. Und wenn der Komplimente an Mädchen macht, dann bleibt kein Auge trocken. So zum Beispiel Monika, meinte er damit, als er sagte, Du bist das schönste, nee, die Königin der Nacht. Es ist nie zu spät für das schönste Mädchen der Welt. Und ein Mädchen für immer. Und das ist Ihr Evergreen von Peter Orloff, die Startnummer 4. Oh, ich liebe die Mädchen und bin gern verliebt. Und ich kenne im Städtchen die Girls, die es gibt. Gefällt mir mal eine, dann find ich sie nett. Aber noch hab ich keine, wie ich sie gern hält. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsche ich mir. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Oh, sie muss an mich denken, an mich nur alleine. Und ihr Herz mir verschenken und da für mich sein. Muss Liebe mir geben und alles verstehen. Und dann werd ich ein Leben lang nicht von dir gehen. Oh, sie lieben im Leben, einander verstehen. Und viel Liebe sich geben, das ist ja so schön. Einander sich treu sein in Freude und Leid. Oh, das wird nicht vorbei sein, das weiß ich schon heut. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das wünsche ich mir. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten und nicht nur für heute, das fehlt mir so sehr. Heute bin ich noch einsam, noch immer allein. Und bald werd ich gemeinsam mit dir glücklich sein. Ich weiß ja schon heute, dass ich sie bald bin. Und dann sehen alle Leute, wie glücklich wir sind. Oh, sie lieben im Leben, einander verstehen. Und viel Liebe sich geben, das ist ja so schön. Na 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 Vielen Dank.